Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Tyraniden und ich habe den Zug beendet. Wir waren letztes Mal bei 14, jetzt sind wir bei 15. Was mir gerade aufgefallen ist, dieses Schiff hat sich gerade um 70 glaube ich aufgewertet und im anderen Sektor haben dann auch die jeweiligen Armeen sich verbessert. Aber wir können hier noch gar nicht so viel machen. Wir haben jetzt hier die fortbewegt, wir haben immer noch Minus, reines Minusgeschäft hier und vielleicht mal eine Escorte. Können wir noch alle reinkriegen? Hm, 19, 69 Punkte haben wir. Kriegen wir das rein? Ne, ne? Upsala. Problem ist aber, hier können nur zwei andocken und die sind auf jeden Fall besser als meine Schiffe. Und wir gehen absolut in die Miese nächste Runde. Tja, was können wir machen? Was können wir machen? Ja, hier kriegen wir aber auch nur ein, zwei Reihen. Also den können wir nochmal angreifen. Das können wir nochmal machen. Aber erst nächste Runde, wir müssen uns fortbewegen. Oh, in zwei Runden kommt das Chaos. Dann bewegen wir uns gar nicht. Oh. Andeln nach Instinkt. Was ist jetzt los? Haben wir verloren oder was? Auf Kardinal Sternhelds Geheiß hin hat der Inquisitor Darkhammer, Darkhammer, imperiale Flotten zur Verteidigung in den Nemesis Teressa Sektor schicken lassen. Ihr Ziel ist klar, alle Tyranniden töten, auf die sie treffen. Ja, toll. Und nun? Was nun? Ist unten gerade sich da diese Bedrohung gesunken? Oh. 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 Aha. Aha. Ein Festmahl. Die Aldari werden das Elordre-System in... Oh Gott, irgendwas mit 4 verteidigen, nachdem sie... Das ist der Name, ey. Autarichen. Ach, komm. Da da da. Der Ironhands davon überzeugen konnten. Einen berüchtigen Waffenschlittern. Die haben echt mit dem Chaos einen Waffenschlitstand gemacht, um die Tyraniden zu bekämpfen. Wisst ihr da, Hammer? Optional übernehmen sie die Kontrolle von dem System. Machen wir. Schließen sie einen Sondereinsatz. Machen wir auch. Fleisch ist schwach. Die Ironhands haben sich entschieden, das Medusa-System zu halten, nachdem sie, ja, bla bla bla, mit Captain so und so davon überzeugt haben. Schließen sie einen Sondereinsatz Medusa-System ab. Okay. Haben wir jetzt das dazugekriegt? Oh ja, hier. Ähm, ich bin noch nicht mal hier fertig, Mann. Ah, nee, das wollte ich nicht. Ähm, wir warten auf dieses, ähm, schöne Chaos-Schiff und dann sagen wir dem Chaos Hallo. Jetzt haben wir nochmal mal Geld bekommen und das würde ich doch mal liebend gern irgendwie investieren. Keine neue Flotte. Ich würde hier gerne irgendwie Becken ausbauen oder so. Können wir hier irgendwas machen? Verteidigung. Neun. Oh, da haben wir Schiff. Wow. Hm. Könnten noch eine Flotte bauen. Aber ich würde lieber dieses Schiff erstmal unterstützen. Mal gucken, zwei Runden braucht das Chaos. Eine. Oh, da sind Orks. So, immer noch eine Runde. Können wir hier was bauen? Nein. Hier irgendwie können wir auch nichts machen. Die Schiffe müssten doch alle repariert sein, ne? Genau. Und hier haben wir auch nur Minen oder so. Oder nicht mal. Sporminwolken. Feindliche Invasion. Na gut. Was war noch? Oder Angriffe werden um Einzug verzögert. Ah. Das ist genau das, was hier gerade passiert. Mir wäre es lieber gewesen, wenn das nicht verzögert. Aber wir können eine Autoschlacht machen. Machen wir auch. Keine Verluste. So. Das heißt. Oh, das ist ganz viel Chaos. Und da sind sie komisches Medusa-System. Die Eldar haben schnelle Schiffe. Das weiß ich noch. Und die Orks rammen, glaube ich, gerne. Und die haben dicke Panzer. Die sollte man auf Distanz halten. So. Wie sieht's aus, Jungs? 400. Du bist halb tot. Die kann eh nur. Zusammen sind wir bei 800. Das Doppelte. Der hat hier Waffenplattformen, Minen. Ist nicht ganz heile. Können wir nicht irgendwie schnelle Reparatur machen? Weil nicht, dass der sich da irgendwas Neues rekrutiert. Ne, Upgrade-Punkte haben wir nicht. Ne, das war zu weit. Ah. Komm, was soll's? Was soll's? Damit wir diesen Sektor kriegen hier. Dann haben wir diesen ganzen Sektor. Da haben wir zwei Escort-Schiffe. Ach, komm. Du gehst danach da. Für dich müssen wir irgendwie gleich reparieren oder so. Und dann, ja, hauen wir dem Chaos mal einen auf den Sack. Ich hoffe, dass er trotz seiner, ja, Gesamtstärke Führung ist bei 675 bei ihm. Wir kämpfen gegen die 13. von Death Guard. Oh, die Seuchen. Oh, ich liebe die Seuchen Chaos Marines. Die sind einfach nur zu schön. Zu schön seuchig. Alter, was das Ding hier für Kanonen hat an der Seite, ne? Das rechte. Vorne irgendwie da oben dicke Laserwumme und hier. Und da, da kommt mal eine Wale. Ja, die Mutter Natur kommt zurück. Space Wale. 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 Waren wir nicht mehr? Hm, vielleicht wollen wir ich habe nur auf den Wert wahrscheinlich drauf geachtet, aber na gut. Ja, was müssen wir hier machen? Wir müssen hier keine Punkte einnehmen. Hier haben wir eine Waffenplattform, das gefällt mir gar nicht und Punkte müssen wir gar nicht einnehmen. Das heißt, einfach nur Feind zerstören. Und den Feinds, den würde ich am liebsten woanders besiegen. Hüpfen mal ein bisschen. Ich versuche sie natürlich außerhalb der Waffenplattform anzugreifen. Es sind vier feindliche Schiffe. Zumindest die Signale, die wir gerade sehen. Und ich versuche sie hier irgendwie am besten wie das Asteroiden fällt, weil unseren Kleinschiffen macht das glaube ich keinen Schaden. Nur den großen war das doch irgendwie so, ne? Na, ich trinke mal einen Kaffee weiter. So. Können sie auch gleich weiterformieren und schwimmen mal weiter vor. Ach, wie so kleine Spermchen, äh, Sperma hier. So, wie? So, was hattest du? Torpedos. Genau, du bist ganz gut. Wo hattest du diese Ab... Ah, Ziehschrei. Für die Kleinschiffe gar nicht verkehrt. Sporenfeld, okay. So. Ich hoffe, dass meine gleich in Positionen sind. Die fliegen in Linie. Schätze ich mal, wie sie auch hier reingekommen sind. Eine Sporenminenwolke hatten wir noch hier zur Ausmalung. Bei Ihmchen, den zweiten Dicken. Ne, das war der nicht. Was tut das? Du warst das auch nicht. Du warst das auch nicht. Doch, dann musst du es lösen. Ich fahrt ab, bis der nämlich kommt. Dann, damit er schön reinfliegt. In den Sporenminenfeld wurden sie, glaube ich, langsamer oder irgendwas war damit. Ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Verzeiht mir doch nicht, dass ich das nicht mal weiß. Es wird hier eine Corvette sein oder irgendwas Schnelles. Warum passiert hier nichts? Ich dachte, das wird eine Spormine. Oh, der kriegt gut eine ab. Schwarmutige Situation. Ah, das war zu spät. Meuterei, das gefällt mir ganz gut. Und hier drei Dicken. Auch ihmchen. Autofeuer. Hier auch. Autofeuer. Und ihr bitte auf den da. Ne, den da. Hallo. Ah, Torpedos treffen. Schade, er war zu schnell. So, das muss doch mal hier klappen, Mensch. Ah, der eine will ja entkommen. Haha, aber nur ein Mitte geben. Und jetzt hier nochmal gleich drehen, 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 drehen. Oh, warte mal. Die Stachel kommt ein bisschen näher ran. Die hat mir nichts. Oh, die haben einen großen von mir weggefegt. Scheiße. Dafür haben wir einen von ihnen. Da gibt es gerade eine Meuterei. Dude ist weg. Soll ich mal nochmal zieh schreien? Na, kommt der an? Ah, schade, leider nicht so ganz. So, dann haben wir weggerammt. Jetzt nur noch den einen. Haben wir leider doch, äh, einen verloren. Ein Anführerschiff. Ach, scheiße. Die Waffenplattform habe ich vergessen. Das heißt, wir könnten noch Verluste kriegen. Ich hoffe, mit den Raketen habe ich jetzt irgendwas getroffen. Ah, Ziehschreiber, vielleicht ein bisschen zu voreilig. So, Raketen oder Torpedos kamen nicht an. Die haben sie, ähm, abgeschossen, die Abwehrgeschütze. So, erstes Geschütz ist down. Ui, das war jetzt nicht so mein Plan. Aber, aber... Hat ja geklappt. Nicht in die Torpedos. Ja, die... Man sollte nicht mit einem Paddelbürtchen gegen einen Wal rammen, ne? Also, das ist, äh... Partei. So, Sieg für die Space-Wale. Ich weiß nicht. Aber das Design von den, äh, von den Modellen gefällt mir besser als das von den Originalschiffen. Muss ich ja ehrlich gestehen. Die ich damals als Modelle gesehen habe, die haben mich doch so ein bisschen abgeturnt. Aber... Auch dafür gibt es bestimmt Liebhaber. Will ich ja nicht schlecht reden. So. Rang 3. Wir können jetzt, ja, K-Schiffe bauen. Was immer das sein soll. Noch größere Schiffe, hoffentlich. Und wir haben hier doch den kompletten Sektor. Das heißt, wir können uns jetzt hier um den kümmern. Und danach, wenn wir den haben, gucke ich mir mal die Mission an. Und die Bedrohung müsste jetzt hier quasi eigentlich niedriger geworden sein. So. Können wir jetzt hier für dich ein neues Schiff bauen. Ah, jetzt können wir auch, äh, Flottenkapazität bis 500 haben. Das war vorher, glaube ich, auch nicht gegeben. Hm, hm, hm. Den kriege ich, glaube ich, gar nicht rein hier, ne? Den großen. Was hat denn der alles hier? Bio-Plasma-Batterie. Der da? Ist ja auch noch welche. Hier fast 200. Start- und Landebuchten. Okay. Bio-Plasma-Batterie. Schwere Pyrosäure-Artillerie. Der hat aber, glaube ich, nicht so eine kurze... Hat doch, der hat 9.000 Einheiten Reichweite. Auch Start- und Landebuchten. Aber Bio-Torpedos. Bio-Torpedos. Oh ja, jetzt nehme ich hier mal hier den ganz schweren. So, sind wir ein bisschen drüber. Nehme ich denn das Kortschiff weg. So, dann haben wir noch 35 Punkte. Wird uns sogar in den Klammern gesagt. Ist ja nett. Da habe ich aber leider nichts für. So, dann kannst du dich mal weiter bewegen. Die haben sich bewegt. Die haben noch 1.500 Punkte. Und ein... Erfahrungs... So. Beschleunigte Regeneration. Ich gehe, glaube ich, erst mal nur auf Regeneration. Das Schiff erhält Körperpunkte. Das Schiff erhält 20 Panzerungspunkte gegen Torpedos und Bio-Bomber. Oder generell Bomber, Entschuldigung. Hm. Haut mich jetzt nicht um. Stoffwechsel. Solange sich das Schiff in der Nachladestellung... Ah, wird es um 100% erhöht. Hm. Hm, 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 hm. Antrieb. Ich glaube, Antrieb werde ich gar nicht gehen. Das interessiert mich irgendwie gar nicht. So, chancekritischen Schaden bei Pyrosäurewaffen. Haben wir, glaube ich, gerade gar nicht drinnen. Blitzschlag. Das war eine Liktoreinheit. Gilt nur für leichte Kreuzer. Gilt für alle Schiffe. Das ist doch etwas besser. Dämpferungspolzer. Reduziert Nachladezeit von Bioplasma und Pyrosäurewaffen. Boah, dann nehmen wir doch das mal. Und was haben wir dann? Rumpfstärke. Schiffe, die Start- und Landebuchten ausgestattet sind, erhalten. Einzulässigen, lande Landungen für wie der Art Wärmmaterial. Okay. Kann man ja auch gebrauchen. So. Ähm... Okay, ja. Jetzt müssen wir den Zug beenden. Ah, die werten auch so ein bisschen auf. Oh, ja. Oh, wir kämpfen sich trotzdem gegeneinander. Ist doch nett. Schön. Haut euch da ja die Köpfe ein. Ja, euch ziehe ich noch mal hier runter. Und den da rüber. So, dann machen wir mal kurz gucken, ob wir da irgendwas bauen können für euch. Wir haben 184 Punkte. Korrosionsgeschoss. Biotorpedowerfer und Pyrosäurebatterie. Würde genau, passt mit 184. Ja, komm, bauen wir. Bestätigen. So, gucken wir uns den anderen mal an. Da haben wir 132. Das heißt, ein Bio-Schiff oder... Äh, was ist denn hier? Wie kostest du? Du hast... Bio-Torpedos und du hast einfach nur... Na, komm. Geht der Kleine? Dann haben wir 177. Da kriegen wir auch nichts Großes für. Hm. Hm, 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 hm. Tja. Ach, der hatte Scheren-Clone. Der ist... Verbesserung. Achso, das sind Verbesserungen, die wir gelernt haben. Hm, 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 hm. 177, da haben wir ja gar nichts in der Größenklasse. Dann bleiben wir hier nochmal bei den kleineren Schiffen. LK, leichte Kreuzer. Das sind dann schwere Kreuzer und das sind nur Kreuzer, oder was? So, dann haben wir noch 36. Haben wir da noch irgendwas? Haben wir wieder nicht. Dann bleibt das wo. So, dann haben sich die bewegt. Zug beenden. Und dann ziehe ich die ins andere System und dann können wir da langsam so ein bisschen aufräumen. Ganz einfache Sache. Dass man... Ach, mit Leertaste kann man die Animationen überspringen. Hallo. Wird einfach hier hier... Zug 20. So. Ja, weit kommt er noch nicht. 2000... 2000... Aber man kann die Planeten irgendwie nicht so geil upgraden, wie ich es so gern hätte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vom Planeten irgendwie immer abhängig ist. Das haben wir irgendwie noch nicht so ganz gerafft. So, der hat nochmal zwei. Der braucht aber Verstärkung, der gute hier. Und hier kommen wir ins nächste System und da auch. Das heißt, wir machen kurz den Punkt, wenn wir den gesichert haben, müssen wir uns für einen entscheiden. Das Medusa-System... Ne, es muss beides gemacht werden, wenn ich das so sehe. Aber ich würde trotzdem erstmal, bevor wir irgendeinen angreifen, den uns nochmal holen. Und im Idealfall auch Ähmchen. Dann haben wir nämlich hier auch alles besiegt. Und ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Break, dann wird das Video nicht allzu lang. Ich werde jetzt hier Verstärkung hinziehen. Das kann nochmal ein, zwei Runden dauern. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Na? Also, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Like, einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.